Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zum JFD Brokers MetaTrader 4 und 5 Video Tutorial. Mein Name ist Markus Klebe, ich bin Trader und Analyst für JFD Brokers und ich habe die große Ehre, dich heute durch dieses Tutorial führen zu dürfen. Heute mit dem Thema in diesem Video Download und Installation des MetaTrader 5 von der JFD Brokers Website. Als allererstes, wie gewohnt, gehst du auf die Website von jfdbrokers.com. Wenn du hier zufällig auf der englischen Seite landen solltest, dann achte bitte darauf, dass du einfach nochmal hinter com, ein Slash machst und de. Dann landest du hier auf der deutschen Website von JFD Brokers, dann gehst du hier oben auf Trading, hältst einfach die Maus nur drauf, dann eröffnet sich da drunter ein Fenster, gehst hier unten auf MetaTrader 5, dann öffnet sich eine neue Unterseite. Hier kommen nochmal ein paar Beschreibungen, ein paar Features des MetaTraders 5, wo wir in den nächsten Videos drauf eingehen werden. Man hat ein paar Neuerungen, ein paar schöne Neuerungen, wie zum Beispiel auch den Wirtschaftskalender, wo eben im Chart direkt man sich anzeigen lassen kann, wenn wichtige Wirtschaftszahlen kommen, die für einen dann vielleicht wichtig sind hier für den Handel. Du scrollst etwas nach unten, entdecken sie den MetaTrader 5 Plus, darunter steht los geht's und da klicken wir auch einfach drauf. Dann kommen wir auf eine nächste Unterseite, um hier im Endeffekt die persönlichen Daten einzugeben. Hier als erster wichtiger Punkt, du kannst hier oben auswählen, ob du als allererstes sofort ein Live-Konto eröffnen möchtest oder eben ein Demo-Konto. Ich werde das jetzt hier anhand eines Demo-Kontos zeigen. Du kannst aber natürlich gleich am Anfang auch ein Live-Konto eröffnen. Dann lässt du hier oben einfach Live-Konto stehen, musst im Endeffekt ein paar mehr Daten angeben. Hier natürlich, weil man ja zusätzlich gleich ein Live-Konto eröffnet. Ich switche hier oben einfach auf Demo-Konto, scrolle nach unten. Dann gibst du hier im Endeffekt deine persönlichen Daten ein, das ist nicht viel, lediglich Name, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Wählst an der Seite hier dann entsprechend das Land aus, woher du herkommst. Ich persönlich hier aus Deutschland, aber der ein oder andere kommt vielleicht grundsätzlich nicht aus Deutschland, sondern aus einem anderen Land. Dann muss man natürlich hier entsprechend das andere Land eingeben. Die Kontowährung, ich persönlich habe meine Konten alle in Euro, beziehungsweise wählt man hier idealerweise dann noch Euro aus. Man könnte auch das Konto zum Beispiel in US-Dollar führen lassen und dann wählst du hier eine Einzahlungssumme. Das ist jetzt erstmal für das Demo-Konto nicht so wichtig, aber ich würde hier empfehlen, dann doch eine Kontogröße zu nehmen, die realistisch ist. Denn man hätte hier die Möglichkeit, bis zu einer Summe von 5 Millionen hier ein Demo-Konto zu eröffnen. Aber ich denke, dass die wenigsten von uns zumindest nicht am Anfang hier 5 Millionen auf ein reelles Konto einzahlen würden. Und um die Bedingungen grundsätzlich ähnlich einem reellen Konto oder realistischen Konto, einer realistischen Kontogröße zu lassen, würde ich es empfehlen, hier eben entsprechend dann auch eine realistische Kontogröße zu wählen. Ich wähle hier mal 25.000. Dann gibt es hier unten noch ein paar Dinge, die man mit Ja idealerweise ankreuzt. Es geht einfach grundlegend darum, dass man wichtige E-Mails bekommen darf, dass man hier informiert wird, wenn eben wichtige Neuerungen, zum Beispiel zur Software oder eben Marktupdates, Marktnewsletter, die hier sehr, sehr wichtig sind und sehr, sehr interessant vor allem auch sind. Somit hier einfach alles mit Ja ankreuzen. Hier unten dann eben auch durch das Klicken stimme ich den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Das kennt man sicherlich und dann klickt man hier unten einfach auf Registrieren und man bekommt dann eine E-Mail mit dem Aktivierungslink. Ich ziehe das hier mal rein und habe hier mal einen Screenshot gemacht von dieser E-Mail, die dann da kommt von JFD Brokers. Hier sieht man, dass es einen Aktivierungslink gibt, sozusagen die Bestätigung, dass man auch wirklich selbst das hier mit seiner E-Mail-Adresse angemeldet hat. Man klickt dann einfach auf diesen Aktivierungslink, landet dann nochmals auf einer Unterseite von JFD Brokers. Mit dem Klicken auf diesen Aktivierungslink wird sozusagen dann nicht nur eben bestätigt, dass man auch wirklich hier selbst diese Aktivierung bzw. die Anmeldung vollzieht, sondern es wird mit diesem Aktivierungslink dann eine weitere E-Mail freigegeben von JFD Brokers. Da steht eben zum einen ganz wichtig die Zugangsdaten drin, die wir später benötigen, um dann eben nach dem Download entsprechend dann eben das Demokonto dann auch im MetaTrader einzustellen. Aber man sieht hier dann im Endeffekt auch MetaTrader 5 Plus Software herunterladen. Dann einfach hier rechts auf hier klicken, dann sollte sich hier schon der Downloadprozess starten bzw. wenn das nicht funktionieren sollte, einfach hier unten diesen Link kopieren, in den Browser einfügen und dann eben startet hier auch entsprechend der Download. In den meisten Browser-Varianten wird ja dann, wenn man einen Download aktiviert hat, hier unten links, dann eben die entsprechende Datei angezeigt, die da downgeloadet wurde quasi. Das ist eine Exe-Datei, JFD Brokers bzw. JFD5 Setup.exe wird diese genannt. Dann dort einfach doppelt draufklicken bzw. notfalls in den Ordner gehen, wo eben die entsprechenden Downloads zu finden sind, dann diese Datei suchen und hier entsprechend dann doppelt draufklicken, sozusagen diese Datei aktivieren. Hier dann auf Ja klicken, wenn eben die gegebenenfalls hier die Firewall oder ähnliches im Prinzip kurzzeitig sagt, Achtung, hier kommt eine neue Software, dann hier auf Weiter klicken und dann fängt der Download im Prinzip hier bzw. nicht nur der Download, sondern die Installation des Metatraders schon direkt an. Kurz Zeit später ist der Metatrader quasi dann auf dem Rechner schon installiert. Dann steht hier herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns auf Sie und ich freue mich natürlich auch, dass es jetzt bis hierher geklappt hat. Wir klicken einfach hier unten auf Fertigstellen und dann kommt hier eine neue Maske des Metatrader 5, wo wir jetzt quasi unser Demokonto der Software dem Metatrader zuordnen können. Dafür warten wir hier kurz ab, bis diese Maske kommt. Haben jetzt hier ein Fenster, man sieht im Hintergrund ist der Metatrader jetzt schon geöffnet, haben jetzt hier ein Fenster, um den Broker auszuwählen. In diesem Fall natürlich JFD Brokers gehen hier unten einfach auf Weiter und jetzt hier eröffnen Sie ein Demokonto. Das haben wir ja grundsätzlich schon gemacht. Wir wollen ja jetzt hier ein Handelskonto verbinden, somit hier mit dem aktuellen Handelskonto verbinden. Hier hätte man natürlich auch die Möglichkeit, sein Livekonto mit dem Metatrader zu verbinden. Wir wollen aber hier grundsätzlich ein Demokonto verbinden, gehen somit hier unten auf JFD Demo, suchen uns entsprechend dann unsere Zugangsdaten aus der Mail heraus. Ich hatte ja davon ein Screenshot gemacht. Müssen wir kurz schauen. Hier sehen wir das, nein, das ist hier die Aktivierungs-Mail. Schauen wir kurz auf das nächste Bild da. Wir suchen uns jetzt hier entsprechend diese Zugangsdaten raus, geben diese dann hier unten in diesem Feld ein. Ich ziehe mir das hier mal auf meinen zweiten Bildschirm und gebe entsprechend hier diese Daten ein. Moment, muss ich kurz hier links etwas größer machen. So, also wir haben jetzt hier 26, 36, 38 und geben jetzt hier unten im Endeffekt das Passwort ein, was uns zugesandt wurde von JFD Brokers 8634 und klicken hier unten einfach auf Fertigstellen. Jetzt dauert das kurz, es kommt zu einem Ton und jetzt ist hier, man sieht das oben, das entsprechende Demokonto mit dem Metatrader sozusagen verbunden. Man kann jetzt hier mit virtuellem Kapital sozusagen dann auch schon Trades abgeben. Das werden wir dann auch in den nächsten Videos besprechen. Hier war es jetzt erstmal wichtig, dass wir den Metatrader downgeloadet haben, dass wir hier entsprechend dann auch das Demokonto oder eben auch ein reales Konto mit dem Metatrader verbunden haben. Ich klicke das jetzt nochmal kurz nach unten, denn man sieht grundsätzlich dann natürlich auf dem Desktop, na, da sind ein paar Seiten offen, auf dem Desktop dann entsprechend die Eigenschaft. Ich habe hier einmal den Metatrader 4 und hier oben dann neu den Metatrader 5 jetzt auf meinem Rechner und in den nächsten Videos besprechen wir dann entsprechend weitere Schritte. Bis dahin, ich wünsche euch erstmal Good Trades und Mega Trading und wir hören uns dann in den nächsten Videos wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Markus Klebe.